Ey, warte mal, wie sehen wir denn aus? Was kommt mit Vitamine? Hier lang! Ey, warte mal, ich halte mich hier fest, ich will auf den Baum klettern. Ey, ich will nach oben, ich bleib hier. Ah, hör, hör. Denn Freunde, wir müssen heute als kleine Affe uns den ganzen Weg bestreiten. Oh mein Gott, und wir müssen das zu zweit schaffen, Vitamine. Ob wir das schaffen werden, das seht ihr jetzt. Ab demniet. Genau, denn jeder von uns beiden hat eine Hand. Wir müssen uns dann zum Beispiel so festgreifen oder weiter. Und dann kann ich jetzt lieber gucken, wie gesagt, wie weit wir kommen, ne? Oh mein Gott, jeder von uns steuert in den anderen Arm und der Arme Affe in der Mitte. Junge, der wird richtig rumgebount. Ja, das stimmt. Aber okay, wie machen wir das jetzt mit dem Greifen? Ähm, du musst hier eins... Oh, guck mal, ich halte mich hier fest. Okay, und jetzt halte ich mich fest, jetzt kannst du weiterlaufen. Schau dir mal diesen Affen von ganz nah an. Äh, Alter, seine Augen sind übelst rot. Oh ja, aber okay, ich schwinge mich mal weiter. Okay, okay, geh mal weiter, geh mal vorbei. Ja, warte, jetzt halte ich mich lieber mal fest. Ja, und jetzt gehe ich wieder vorbei. Okay. Und ich bin Affe und... Jo, okay, du kannst, du kannst. Alter, gute Team, aber... Let's go! Okay, wir sind weitergekommen. Und das ist gerade mal das Tutorial, ne? Warte mal, was? Ich dachte, wir haben es beendet. Nee, Junge, okay, jetzt müssen wir klettern. Oh mein Gott. Okay, warte mal, du fängst an. Du gehst nach oben. Okay, okay, ich probiere, soweit es geht, nach oben zu kommen. Okay, weiter geht es aber nicht. Okay, warte mal, jetzt kletter ich wieder hoch. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Zack. Oh, ey, warte, ich habe die falsche Tasse gedrückt. Und oh, wir sind gleich oben. Wie hoch bist du gekommen? Und okay. Und heben. Let's go. Denn, Freunde, das ist, wie gesagt, ein Zweispieler-Affen-Obby. Wir müssen uns hier... Oh, stopp, 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 stopp. Okay, warte mal, wir müssen uns irgendwie an dem drehenden Ding da festhalten. Ja, okay, ähm, soll ich... Warte, ich schaffe, okay? Ja, ja, geh, geh, geh. Schnappt es jetzt. Jo, das ist gut. Oh, warte, warte, warte. Ich hab's. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob wir es beide haben, aber wir sollten erst loslassen, wenn wir über dem Schiff sind. Ja, ja, wir lassen einfach gleich los. Drei, zwei, eins, let's go. Und wir haben unseren ersten Checkpoint. Okay, das ist immer noch das Tutorial? Bin einen neuen Partner oder Fortfaden. Okay, können wir hier rein? Ich will... Ey, warte mal, ich... Oh. Ich wollte nicht mit dir spielen. Komm mit, mein kleiner Affenfreund, hier entlang. Oh, los geht's. Und jetzt sind wir nicht mehr im Tutorial. Oh mein Gott, das wird... Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Jetzt schwingen wir unsere... Oh. Oh. Warte, warte, sorry, jetzt schwingen wir unsere Affen-Arme. Komm nach oben damit, mit dem Arm. Hä, warte, 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 warte. Ich muss... Oh, ich muss näher ran und... Boom. Okay, 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 jetzt bin ich dran. Ich bin dran und... Boom. Äh. Ich glaube, an der Seite geht's nicht. Oh, es geht doch. Okay, boom. Geht's? Ja, ja, ja. Und ey, guck mal, was machen die zwei Affen neben uns da? Oh, wir werden euch überholen. Eigentlich finde ich das irgendwie voll die Beleidigung, wenn man sagt, was ist denn das für ein Affe? Komm her, bitte, bitte. Ich hab mir noch nie so ein schönes Kompliment gehört. Ja, da habst du recht. Ab geht es, ihr habt's geschafft. Und, Junge, der arme Affe, ey. Guck dir den mal an. Oh, guck mal. Guck mal, was die da machen. Die müssen an der Wand klettern. Und was... Alter, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das schaffen? Okay, ich fang an, ich fang an. Okay, warte mal, fang du an. Ja, ja, mach dich ruhig fest. Okay, okay, ich geh mal vorbei und... Boom. Okay, okay, okay. Immer Stück für Stück schwingen wir uns. Das ist übelst crazy, Freunde. Aber mal gucken, wie weit wir am Ende sind. Ich hab doch so ein Obby... Oh, äh. Einen Moment, einen Moment. Ich hab so ein Obby noch nie gespielt, ey. Ich auch nicht. Ich glaube, irgendwie fehlt dir gerade die Power. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Es reicht nicht. Warte, warte, warte. Oh, Alter, musst du... Oh, du hängst da. Oh, nicht schlecht, Vitamine. Jo, das wird immer, immer schwieriger. Aber, okay, wo ist das Ende? Äh, das Ende ist da ganz, ganz weit hin. Oh, ich schwinge den Affen an. Oh, der arme Affe. Was? Nein. Ey. Die Hand war arm. Okay, kommen wir nun zum zweiten Versuch. Oh, ja, was ist da gerade passiert? Ich weiß es, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich hab keine Ahnung. Gesund heute, Sandy, der Affe, der muss auch mal schnupfen haben. Ich will Bananen essen. Warte, komm ich da rüber mit dem Arm? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du kannst dich, du kannst dich nämlich... Oh, das war gut, das war gut. Reicht es? Ja. Habe ich, habe ich. Alter, ich hab so ein Gefühl, du hast irgendwie einen längeren Arm als ich. Junge, ich hab keine Ahnung, aber jetzt vielleicht soll... Oh, dein Arm ist ab. Was? Ähm, ich lebe noch, ne? Was ist jetzt schon wieder das Problem? Oh, und komm, Sandy, wir haben's gleich. Ich probiere nach oben zu kommen, und... Oh mein Gott. Mach dich irgendwie um die Ecke da fest. Äh, 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 jetzt. Okay, und... Boom, Alter. Let's go. Okay, okay, wir sind weitergekommen. Los, unser Affenfreund. Los, let's go. Wir gehen mal weiter, und... Oh, okay. Oh. Oh. Hey, Leute. Ich weiß nicht, der macht Kopfstand. Junge, was macht der? Wie fein. Äh, ich glaub, der muss mal zum Arzt. Sieht nicht mehr gesund aus. Kennst du das VR-Spiel, wo man auch ein Affe ist? Pardon, Vitamine, ich bin jeden Tag ein Affe. Oh. Ähm, Sandy, du müsstest weitergehen. Ach so. Ich dachte, du wolltest mit mir... Wow. Und... Äh, oh nein. Nein. Sandy, du musst... Mach dich lose. Ja, 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 ich probier nach oben zu kommen. Oh, jetzt. Okay, warte, ich mach, ich mach, ich mach. Und hier müssen wir... Oh, oh, hat nicht gereicht. Alles gut, ich halte mich gut fest hier. Okay, schaffst du das? Äh, ja. Komm schon. Let's go. Oh, gut, 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 gut. Ich geh auf die andere Seite. Schaffen wir das? Nee, schaffen wir nicht. Oh, mein Gott, dein Arm ist zu kurz. Ich muss höher. Okay, nice, jetzt. Okay, dann mach ich das jetzt. Let's go, Sandy. Junge, das sieht einfach aus, als wenn wir Giraffenköpfe hätten. Ja, das sieht echt alles aus, aber nicht wie Affenarme, muss ich sagen. Okay, warte mal, ich mach nochmal ein Checkpoint hier. Ja, und ich mach nochmal hier. Krieg ich gleich die Ecke? Und? Nee, die Ecke krieg ich nicht. Stabst du dir, Tiger. Jo. Oder Affe. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch ein Affe. Jetzt sind wir doch kein Tiger. Ey, du musst dich auch festhalten. Kriegst du es hin? Ich probier es die ganze Zeit. Ähm, der Affe, der sieht nicht gerade so gut aus, ey. Oh, jetzt, oder? Nein. Hä? Ich hab die Eins gedrückt, Freunde. Oh, mein Gott, Sandy, das hat irgendwie nicht mehr funktioniert bei mir. Aber wir haben es geschafft. Wir sind beim nächsten Checkpoint und gehen in die nächste Runde. Warte mal, ich will aber einen neuen Partner. Nee, das ist zu spät, sorry. Okay, weiter geht's. Nun müssen wir den Fels hochklettern. Ähm, oder einfach hochkriechern hier. Stimmt. Und Wasser lässt uns dabei fallen. Wir dürfen nicht die Rohre berühren und wahrscheinlich auch nicht die Bälle. Okay, das sieht aber echt schwierig aus. Wie machen wir das Ganze am besten? Ich weiß es nicht. Ich halte mich einfach mal hier fest. Okay. Oh, nicht das Wasser berühren. Oh, mein Gott, ich berühre nicht das Wasser. Keine Sorge. Sandy, du berührst bei mir das Wasser. Ich kam nicht höher. Okay, jetzt. Lass mal hochgehen. Können wir... Ah, wir können hochlaufen? Nee. Nee, laufen geht nicht. Oh, mein Gott, jetzt schwingen. Jo. Jo, 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 jo. Oh, das Wasser. Oh, okay. Bälle sind für uns nur gefährlich. Ah, schau mal, Sandy. Jetzt weiß ich, warum wir es vorhin nicht überlebt haben. Warum? Das Rote ist ein Cooldown. Ach so, wir müssen uns beeilen. Wir können nicht unendlich lang halten, okay. Ja, guck mal. Oh, mein Cooldown ist gleich Ende. Und jetzt gibt's... Spannig. Ja, okay. Jetzt checke ich das erst, was überhaupt das Problem war. Ja, ja, ja. Opa. Okay. Oh, warte mal. Wo müssen wir überhaupt hin? Was ist hier da oben? Sandy? Ja? Sind wir überhaupt richtig? Ey, ich... Ah, wir sind an der Seite. Warte, warte, warte. Wir müssen hier einmal runter. Oh, jo. Ja, ich glaub schon. Oh, oh, oh. Sieht so aus, oder? Ich weiß nicht. Ich greife, aber ich glaube, hier hält sich's nicht fest. Bunja Dschungelplant. Oder, warte mal, Sandy. Ich glaube, wir können da oben durch die Wand durch. Lass das mal oben probieren. Ich glaube, wir müssen doch hoch. Ja, okay. Aber jetzt haben wir Wasserfluss. Wir haben gerade den Wasserfall aktiviert. Oh, mein Gott. Los, Sandy! Okay, warte, ich halte mich fest. Oh, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Gleich geht das Wasser wieder an. Oh, oh. Äh, du kannst dich nicht mehr festhalten wegen Wasser. Nein, stimmt. Egal, halt. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ganz am Rand geht's. Okay, und... Boah! Alter, Junge, hatte mich weggebrannt. Oh, pass auf. Boom! Okay, okay, jetzt kriegen wir es aber hin. Ich glaube nämlich, wir können hier uns durch die Wand so, äh, ja, die Wand ist so eine unsichtbare Wand. Äh, denkst du, ist dahinter noch was? Ja, wir probieren es einfach mal. Okay, let's go. Äh. Äh, warte mal. Äh. Sandy, ich glaube, das soll so sein. Ja, denkst du? Junge, was machen wir? Oh, ey, ich glaube, wir können noch sein. Wo sind wir? Warte mal, wir müssen wirklich hier rum. Nee, ne? Alter, okay, Sandy, das ist krass, Leute. Oh, Junge, wirk jetzt nicht. Alter, das ist mein erster Tag als Affe. Chillt mal ein bisschen. Junge, wir müssen hier einfach durchs Fenster. Alter, ich bin erst, ich fühle mich wie so ein Praktikant hier am ersten Tag direkt schon hart schuften. Also, ich bin ehrlich, ich fühle mich so langsam wie so ein Affe. Junge, ich fühle mich schon... Oh, mein Leben lang wieder Affe. Eww, wir haben es wieder geschafft. Okay, haben wir einen Checkpoint? Nee, nee, wir haben keinen Checkpoint. Was? Da vorne kommt er erst. Okay, wir dürfen jetzt nicht fehlen, sonst muss ich alles von vorne machen. Okay, ich weiß nicht. Entweder machen wir das an der Decke oder wir probieren einfach oben lang. Okay, äh, wir probieren es einfach mal, ne? Okay, ja. Wenn wir jetzt... Oh, ey, sag ich doch, das geht. Guck mal, hey. Yeah, was? Wir sind oben. Warte mal, können wir nicht laufen? Doch. Oh, mein Gott. Schnell, schnell, Setti. Oh. Eww, wir haben einfach das Spiel ausgetrickt. Was ist hier? Eww, ne, euer Checkpoint. Ich glaube, jetzt kommen wir zum letzten Level. Ey, andere Kanone. Ich bin nach links. Okay, finde einen neuen Partner. Tschüss. Aua. Ach, geht es. Nun sind wir im Lava-Level. Und schau dir mal unseren Spider-Man-Affen an. Oh, was? Wir sind jetzt Spider-Affe. Spidey-Man. Spidey-Man? Meinst du, dadurch sind wir schneller? Oh, das könnte sein. Okay, ähm, wer hält sich fest? Warte mal, wir müssen uns an der Seite... Oh. Äh, dein Arm ist verbrannt. Ich habe einen kleinen Fehler. Ich hänge hier fest. Hallo? Äh, kommst du da wieder weg? Ja, warte. Und? Nein, ey. Wow. Ich habe mich gerettet. Was? Oh, mein Gott. Ja, wir müssen doch rüberspringen. Ja, Setti, aber ich... Mein Arm fehlt. Wo ist dein Arm? Okay, Setti, wir müssen uns konzentrieren. Warte, lass mich erst mal. Ja, okay, ich halte dich. Okay, halt dich fest. Ah, wir müssen aber am Gelände hier so vorbei sein. Genau, genau. Wir müssen uns versuchen... Oh, 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 Junge. Okay, hat funktioniert. Du hast Spagat einfach. Juh, und? Okay, die... Schaffst du's? Ja, die Lava-Block haben wir gleich. Oh, doch ein Stück. Oh, mein Gott. Jetzt, 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 jetzt. Komm rüber. Let's go. Das hätten wir. Als Spider-Affe sind wir gar nicht mal so schlecht. Boah, müssen wir jetzt hier an den Kuhlitz festhalten? Oh, ich... Nee, ne? Oh, mein Gott. Ich glaube, wir müssen erst mal hier generell hochklettern. Ja, an den Kugeln. Oh, mein Gott. Die bewegen sich sogar. Okay, warte, warte, warte. Nee. Alter, das ist überschwer. Ach, man kann so schwingen. Juhu. Alter, Sandy, okay, du bist dran. Ich halte mich. Okay, okay, let's go. Und... Oh. Äh, mach schnell, sonst ist mein Arm gleich kaputt. Ich gebe mein Bestes, Mann. So, und wir dürfen uns nur an diesem Grauen hier festhalten. Okay, okay, okay. Ah, echt? Sicher? Ich glaube, ja, weil an dem anderen ging das, glaube ich, nicht. Gucke, ich fall da runter. Oh, okay, okay, okay. Das heißt, wir müssen weiter nach oben. Let's go. Okay, aber ich muss sagen, als Affe sind wir beide echt gut. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist mein verstecktes Talent, ein Affe zu sein. Oh nein, Sandy, sag doch bitte sowas nicht. Doch, Vitamin. Ich habe mich immer gefragt, was kann ich eigentlich? Ich glaube, ich kann gut ein Affe sein. Warte mal, kann ich mich direkt... Alter, nichts riskieren. Ich lasse los. Nee, nee, halt dich irgendwie an der Liane fest. Ja, okay, okay, okay. Mein Arm hängt ein bisschen auf halb drei. Oh. Stell, stell, und... Oh, ich muss heben, ich muss heben. Hebe, hebe. Ja, jetzt, okay, jetzt kannst du wieder. Okay, okay, ja, ich komme wieder nach oben. Ja, okay, würde man... Oh, du kannst direkt... Oh, ist das schwierig? Ich habe sie nicht getroffen. Yo. Yo. Okay, Sandy, los. Oh, schmink dein Bein. Alter, wie gut. Ey, wir sind richtig gut. Okay, stopp. Ich traue mich nicht weiter. Warum das nicht? Okay, komm mit, Affe, Spiderschwein. Vitamin. Und? Okay, Bin. Bin, Bin. Oh mein Gott. Okay, aber ich glaube, wir sind bald sogar ganz oben. Bald haben wir es geschafft. Alter, siehst du den Vulkan da hinten? Äh, warte, ich muss mich gerade konzentrieren. Oh, yo. Was ist da bei dem? Jetzt am Ausbrechen. Ja, ja, das sieht überhaupt nicht gut aus. Okay, und? Wir haben es geschafft. Okay, oh mein Gott. Vitamin, ist da... Ist das Feuer, was von oben kommt? Äh. Oh. Aus dem Rohr. Das ist einfach so eine Lava-Pipe. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Oh. Okay, bin fest. Junge, wenn... Muss man die Deutsche dabei machen? Ja, also ja, klar, dann wird es besser. Ja, okay, okay, okay. Wenn mir jemand sagen würde, dass ein Affe mit einem Spider-Man-Kostüm hier zu zweit hochklettert, würde ich dem das niemals glauben. Ich würde es ihm sofort glauben, ey. Okay, wir müssen jetzt... Ich weiß nicht. Wollen wir gleich durch? Äh, wo? Äh. Okay, pass auf, wenn es aufhört. Und jetzt, komm. Jetzt, jetzt. Du bist noch einmal... Du bist auch einmal, einmal, einmal noch. Ja, ja. Oh. Wir halten uns am Rohr fest. Los, los, los. Jetzt. Oh, wie nice. Alter. Wir sind ein richtig gutes Team nur gerade. Okay, das Gleiche müssen... Oh, jetzt müssen wir eigentlich nochmal machen, ne? Ja, ja. Oh, das ist zu weit. Okay, ich warte kurz, oder? Nee, nee, mach. Ja. Warte, warte. Ich halte mich nochmal fest. Du gehst rüber. Okay, ja, ja, jetzt, 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 jetzt. Perfekt. Und... Ich glaube, Freunde, bald ist das Ziel schon in Reichweite. Oh, mein Gott. Wir sind echt das beste Affenteam. Ejo, wir sind wirklich ein gutes Affenteam. Ich bin der geborene rechte Affenarm. Ich auch. Ich glaube, ich habe nämlich schon Bananen gesehen, Senti. Echt? Ja, schau mal, was wir haben. Als ob. Wir haben den Bananenthron erfolgreich gefunden. Let's go. Ey, lass mich zu meinen Bananen. Nein, du kommst nicht zu deinen Bananen. Nein, du kommst hier lang. Ich will zu meinen Bananen. Niemand. Die Bananen wird allem hier. Werde Affenkönig? Oh, mein Gott, was? Du kannst Affenkönig werden? Äh, sollen wir das machen? Nein, nein, du kommst mit... Affenkönig! Nein. Okay, Senti, passiert nichts außer ein Archivment. Wow. Okay, egal. Bananen. Wir werden Senti und ich uns erstmal den Magen vollhauen. Komm, wir legen uns in die Bananen rein. Oh, yeah. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch die zweite Welt von diesem Spiel sehen wollt, lasst es uns wissen mit dem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kurz zu abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.